Hi zusammen, willkommen hier auf Unboxvision, mein Name ist Murat und heute schauen wir uns die neuen True Wireless aus dem Hause Soundpeats an, die Soundpeats Clear. Viel Spaß! Das sind die Soundpeats Clear und ich mag das Design sehr, weiß, transparent und ein bisschen blau. Das ist schon ziemlich attraktiv, das Case ist schön kompakt und die Klappe schließt sich super. Allerdings ist transparent schön, hat aber auch so seine Nachteile. Es verkratzt ziemlich schnell und wird auch schnell dreckig, aber wer schön sein will, muss ein bisschen leiden. Schauen wir uns die Buds mal an und die sehen sehr gut aus, wirken sehr elegant und durch die blauen Irrtipps auch etwas verspielt. Die Tragekomfort ist angenehm, jedenfalls in meinen Ohren und Sport kann man mit den Teilen problemlos machen. Sie sind sehr leicht und angenehm. Was können sie nun? Bluetooth 5.3 an Bord, Dual Microphone, ENC und einen 12mm dynamischen Treiber. Der Sound ist klasse, der Bass ist ausgewogen und je nach Genre kommt es schon ab und zu an seine Grenzen. Denn ab einer Lautstärke ab 80% klingen sie manchmal zu übersteuert bzw. die Musik ist dann nicht ganz so angenehm. Aber wie gesagt passiert das nur bei seltenen Titeln. Der Akku hält richtig lange und ich komme hier auf sechs bis sieben Stunden. Was aber auch sehr gut funktioniert, ist das Telefonieren. Dank dem Dual Microphone, ENC und die Person, die ich anrief, war erstaunt, wie klar die Stimme rüberkam, obwohl ich zu dem Zeitpunkt draußen unterwegs war. Fazit, für rund 35 Euro bekommt ihr die Clear von Soundpeats. Hier gibt es eine klare Kaufempfehlung, Bluetooth 5.3, schickes Design, toller Sound zu dem Preis und was will man mehr? Vielen Dank an Soundpeats für die Bereitstellung. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao.